3... 182, 176, 145 Rückzug, Rückzug, Positionswechsel. Oh, du hast es jetzt gekriegt? Ich bin im Koma, du könntest mich noch aufheben, wenn du so besiegt hast. Du musst dir so ein Dings-Tool nehmen. Ich habe alles in meinem Potsch, in meinem Kiste. Pass auf, dass ich dich nicht umleve. Ich habe nur noch Kopfschmerzen. Hast du mal ein Survival-Kit oder sowas? Habe ich, habe ich. Muss ich das in der Rand? Ah, das musst du rausnehmen. Ja, genau. Nicht in der Container haben. Nein, nein, mach das nicht. Das ist dumm. Naja, der hat aber echt gut Hits verteilt. Oh, geil, danke. Nice. Ich muss mich ja revanchieren wegen, willst du noch? Naja, da habe ich dich ja erschossen. Oh, geil. Ja, läuft gut bei uns, freue ich mich. Läuft gut. Ich habe mich nicht so weit getroffen, Alter. Hä, was schießt ich jetzt so weit? Oder was ist das? Das ist das? geht doch das war sein Problem mit den Idioten hier vorne die wollen eigentlich nicht sterben ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Nummer sicher und gehen hier zurück überqueren das Erfi und kommen dann durch den Wald auf die zu stattdessen nicht, dass wir hier drüber rennen das ist immer, glaube ich, Kanonenfutter hat sich so angehört, oder? ja was ist das für ein Schlüssel oh, ich dachte, das ist jetzt ein Scharfschütze ich komme, ich komme das ist da oben, das steht oben ach so ja, ich kann mich noch anbieten, ne? ja da war doch gerade da noch der Trottel hier brauchst du diesen Spectre-Scope? oder hast du schon eins? dann nimm du es doch, ich habe doch meine Zernot kann ich kaufen ach so, du kannst es so gut steck es in deine Pouch oh Alter, fällt er mal nicht um ich schieße ihm den Sack weg, Alter und er läuft da rum, als gäbe es keinen Boden da ist der Spinner Oh, das ist erstmal was. So, jetzt sind wir schon zu fein. Wo ist er hin? Sagt er, der ist oben auf dem Dach? Ja, der macht dann runde, komm da trotteln. Da siehst du die Fenster da. Ja, da oben war der, ne? Ja, da hat er ja gestanden und kam runter. Und ist er jetzt verreckt oder was? War gerade hinter dem Auto da, Idiot, und wollte dann nicht sterben. Da liegt aber einer jetzt. Hm. Ja, was ist. Ja. 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 So, dann nur noch zu dem Traktor hinten und dann brauchst du das eigentlich. Da oben. Ja. 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 Das ist ja, von Puff. Ja. Ja. Das war's für heute. ok das war's ich gucke ob man da drüben mit rein könnte mir vorstellen dass man hier auch mal was abholen muss was wie passt denn ich habe keine ahnung was mit dem nicht stimmt aber ich war schon lange aus dem hausfeld